Dann der größte Fehler, Ihnen fehlt der linke Winkel. Sie gehen noch den Sitz direkt in die Gruppe rein, weil sonst wäre das wirklich eine superfreie Folge gewesen. So kommen wir halt nur noch ins Gut. Der linke Winkel fehlt. Der Sitz aus der Bewegung, hier in der Grundstellung etwas ruhiger sitzen. Sollte dann etwas schneller durchsitzen und aufmerksamer zur Hundeführung sein. Die Übung ist ihm gut. Ablege in Verbindung mit Herankommen. Hier geht er in der Entwicklung leicht vor und stößt leicht an beim Hereinkommen. Die Übung ist ihm sehr gut. Stehen auf dem Laufschritt. Ruhige Grundstellung geht in der Entwicklung sehr schön mit. Beim Abrufen kommt er freudig herein. Aber beim Hörzeichen steht, geht er leicht nach, kommt freudig herein. Zeigt ein schnelles Überwechsel in die Endgrundstellung. Die Übung ist ihm sehr gut. Bringen auf Ebene Erde. Hier das Holz noch etwas ruhiger halten. Das Vorsitz gerader und das Holz korrekter abgeben. Die Übung ist ihm gut. Bringen über eine Hürde. Ruhige in der Grundstellung beim Wurf. Dann das Holz aber etwas ruhiger halten beim Hereinkommen. Das Vorsitz etwas gerader zeigen. Die Übung ist ihm sehr gut. Bringen über eine Schrägwand. Hier das Holz etwas schneller aufnehmen. Sollte dann gerade vorsitzen und sollte in der Endgrundstellung etwas ruhiger sitzen. Die Übung ist ihm gut. Voraussendung mit Hinlegen. Hier in der Entwicklung ruhiger sitzen. Geht sehr schnell in die angezeigte Richtung. Für sein Tempo geht er auch sehr schnell ins Platz. Die Übung ist ihm sehr gut. Ableger und der Ablenkung ist ohne Beanstandung. Heute ein sehr gut mit 90. So, dann die Frau Arnold mit ihrer Akira. In der Freifolge. Hier geht sie. Auch ein sehr arbeitsfreudiger, überzeugender und temperamentvoller Hund. Vielen Dank! Vielen Dank.